Heute habe ich mir Unterstützung geholt. Und? Willst du den Grillerinstinkt heute? Ja! Grillieren mit Kindern und Familien, das macht doch super Spass. Was du für einen gelungenen Ausflug brauchst, zeige ich dir heute. Emi, was willst du essen? Serbenlaut Schlagenbrot. Ja, okay. Oh, das Feuer müssen wir noch machen. Dann also los, ich kann hocken. Mit Brennsprit anfeuern, wenn Kinder dabei sind, machen wir nicht. Wisst ihr warum? Weil es sehr gefährlich ist. Wir nehmen natürliche Holzwulle. Es geht ganz einfach und ist nicht gefährlich. Die tun wir hier unten rein. Ja. Hier haben wir ganz dünne, dickere, so oben drauf. Wer will anzünden? Willst du? Also, komm. Hier unten, ja wohl. Schön, ja wohl. Jetzt nehmen wir die Kleinen hier drauf. Jetzt fängt es schön an zu brennen. Ja. Und haben die schon alle einen Stecker zum Brötchen? Nein. Nein. Ah, dann müssen wir die noch holen. Du Andi, was brauche ich denn für einen Stecker? Am besten nimmst du einen geraden Stecker, der genug lang ist, damit du dich nicht verbrennst. Dann dürfen auch noch etwas gummig sein, nicht ganz trocken, weil sonst bricht er. Und da spitzen wir ihn dann nachher schön zuspitzen. Hey, wow, super Stecker, haben die da gefunden. Beim Schnitzen nehmen, von euch wegschnitzen und schauen, dass keine anderen Kinder vorne dran sind. Das ist richtig. Super. Der Klassiker für jedes Kind ist das Schlangenbrot. Für das nehme ich einen fertigen Pizzateig. Und dazu gibt es traditionelle Servalat. Elf Kinder. Elf Kinder, gut. Elf Servalat bereit machen. So. Die Wurst schneiden wir am Ende übers Kreuz ein. Schlangenbrot. Das Beste wegnehmen. Und dann eine richtige Wurst machen. Wieder Pizzaioli. Und dann schön unterstecken. So, jetzt brauche ich mal noch zwei, die mir helfen beim Schlangenbrot. Schaut am besten nicht zu nahe über die Flamme dort. Es ist verbrennt und es wird schwarz. Und dann nehmen wir wieder die Rülle. Die anderen können gerade noch Reservalat holen. Kommt. So. So. Schau da. Gerade aufstechen. So. Kannst du das Feuer. Hopp. Der Nächste. Ich habe noch einen. Also bei der Wurst ist es genau gleich. Geht nicht direkt ins Feuer. Sonst wird es jetzt schnell schwarz. So schön über die Glusen hinein. Detail gut. Heiss. Unheber. Unheber. Rot ist gut. Super. So, habt ihr alle gegessen? Ja. Was machen wir jetzt noch? Ich habe einen Vorschlag. Popcorn und Dessert. Yeah. Heiss. Heiss. Wir machen diesen Apfel-Ringchen. Schaut mal. Das ist mit dem Tutschki-Stecher auszustechen. Und jetzt schneiden wir hier, Achtung, Finger weg. Schöne Apfelchen schneiden. Dann nehmen wir hier die Apfelchen hin. Dann nehmen wir hier ein Marshmallow. Und diejenigen, die Lust haben, können natürlich hier noch ein bisschen eure Apfel süss machen. Ein bisschen Zucker drüber. Und nachher zum Zimmen. Hoppa. So, dann könnt ihr jetzt mit dem über das Feuer. He? Schöne drüberheben. Nicht zu tief. So, ich mache jetzt das Popcorn bereit. Für das nehme ich Sonnenblumenöl in eine emelierte Grillpfanne hinein. Dann kommen wir gerade Popcorn. Also der Mais. Der Deckel drauf. Achtung. Brauchen wir Platz für Popcorn. Bei den Marshmallows müsst ihr schauen, nicht zu fest ins Feuer hinein. Sonst werden schwarze andere. Und hier aufpassen. Es spritzt ein bisschen Öl. Es hat euch nicht verbrennt. Geht drauf? Ja. Es drückt den Deckel auf. Ich glaube, die müssen wir nehmen. Achtung. Scheisse. Ich bin weg. Achtung. Feuerwerk. Das sind richtige Popcorn. Und Kids, haben wir jetzt den Grillerinstinkt? Ja. Jawohl. Alle Tipps und... Alle Tipps und Infos findest du in unserem Video. Ja. Ja. Die Sprecher. Ich bin weg. Ja. Ich bin weg. Vielen Dank.